Mgay Mr. Mgay, 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 Mgay! Wer kennt die Szene noch aus South Park? Wir haben hier nämlich K&K von Pagel, Official Video, und wir sind hier bei Dior. Ja, Benz Town, ich hol den Daimler Benz. Dior. Shit, K&K für jetzt... ...tausend und tausend? Ich mag das, es hat so Diamanten-Vibes, keine Ahnung warum. Und überall die Brands kommen, wir hatten jetzt schon Dior, wir hatten jetzt hier Prada, dann hat der hier, glaube ich, ein Gucci-Gürtel an, ne? Sorry, aber wo sollst du mit einem Dior-Fahrrad entlangfahren? Es ergibt keinen Sinn. So, wer so viel Geld hat, der fährt wahrscheinlich nicht Fahrrad, und wenn er Fahrrad fährt, dann wird ihm das geklaut. Ich verstehe das nicht, du hängst ja auch nur in die Wohnung. Oder Beverly Hills wahrscheinlich. Aber ich mag den Wein! Aber die sind hier mit deutschen Kennzeichen, aber nicht in Deutschland. Finde ich auch immer so interessant. Guck mal, hier sieht alles so alt aus, dann hat man hier so ein modernes, ähm, ja, Klingelsystem. Ich habe früh bin mehr, oh oh oh, ja, ja, hm, ich habe früh bin mehr, auch ohne dich geht's. Was war das, dieses, habt ihr das knacken gehört? Auch ohne dich, auch ohne .. Nicht, gefällt mir nicht. Nein, nein, nein. Ich kenne das von den eigenen Aufnahmen, so, wenn dann eine Aufnahme irgendwie so abgehakt ist, aber da war noch Ton in der Spur drin, Und man hat die aber nicht ausfaden lassen und selbst wenn es irgendwie nur eine Millisekunde oder so ist, dann passiert sowas, das ist nicht gut Nein, nein, nein Hat jemand reingeschissen Wir sind nicht Kim und Kanye Okay, jetzt verstehe ich das, okay, okay Irgendwo erkenne ich dieses von einem anderen Lied, wisst ihr was ich meine, das von welchem Lied ist das Aber dieses im Hintergrund, schreibt es mal in die Kommentare Von woher kenne ich das Aber nicer Vibe, alter, nicer Vibe Super Lied Let's go Das ist auch der Vibe hier Aber warum chillt er mit Hoodie auf Hier so Okay, egal Egal, egal Sehr nice Ich hab zu viel verlangt Jetzt gibt es kein Entkommen Ich würd mir alles warn Sag mir, was willst du tun? Oh, 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 oh Ja, ja Ich habe früh mit mir Auch ohne dich Geht Er matcht perfekt den Vibe vom Beat, find ich Und auch Musikvideo passt voll gut zusammen Das ist ein gutes Lied Ja, guck mal, die chillen hier alle so So halbnackt Und er so Nein, nein I'm still the ghetto kid, you know Ah, Internet Oh nein Oh nein Sag nicht, das ist kein Internet Moment Ich sing einmal mit und verkackst wie immer Der Vibe gefällt mir sehr gut Es erinnert mich an ein Lied Von, ähm Lil Mosey Wie geht das nochmal? I woke up this morning 100km bitches K for Christmas heißt es Das höre ich immer an Weihnachten So, guck mal, das ist das hier Ich kann da jetzt nicht Ich darf da nicht drauf drücken Wo kann ich das hier vergrößern einfach? Genau, das sah Das ist gut Gebt euch das mal So, an Weihnachten ist das der Vibe I woke up this morning Keine km bitches Nice der Vibe Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare Lasst ein Like und ein Abo da Wenn euch das Video gefallen hat Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit Hört meine Single, ist oben verlinkt Until next time Ciao Ciao